Sie sind völlig am Ende. Sie sind Wracks und sie verfallen immer mehr. Trotzdem sehen sie irgendwie richtig gut aus. Vergessene Oldtimer, die irgendwo im Wald vor sich hingammeln. Fotograf Dieter Klein aus Köln sammelt diese Schätze auf seinen Bildern. Rund um den Globus war er unterwegs. Und jetzt zeigt er sie mit seinem neuen Buch der ganzen Welt. Sandra Ihm über Schrottkunst in Wald und Wien. Und jetzt zeigt er die Schätze auf den Köln. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020